So rüber zu Shawn Mendes, that's nothing, holding me back. Einmal umgedreht, ich drehe mich halt um, dass alle direkt nach tanzen können. Wir starten mit dem rechten Fuß, wir haben. Eins und zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben, acht. Auf den Textkeil crazy. Dann eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, wir rollen, fünf, sechs, sieben und acht. Danach Wiederholung, immer wieder das Gleiche. Zwischendurch nach der Reformation, ein Teil, wo wir nur tanzen. Eins und zwei und drei und vier, fünf und sechs und sieben und acht. Und dann wiederholen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Auch dieser Teil immer zweimal. Ihr da habt rechts oder links überhaupt, wo die Gruppen laufen durcheinander, wie im Haupttanzvideo zu sehen. Viel Spaß dabei.